Aber ich rein emotionslos und natürlich, wenn wir nach Daten gehen, wird es relativ schwer. Da ist sehr, sehr viel Liquidität nötig und ich sage euch, was nötig wäre, damit Bitcoin hier die oberen Bereiche knackt oder vielleicht noch höher geht und die Chance ist gar nicht allzu gering, also die Chance sehe ich wahrscheinlich über 1% und ich sage euch, was nötig wäre. Nötig wäre bei Bitcoin, dass Banken und Zentralbanken vor allem Bitcoin hinterlegen, dass es wirklich einen Wertespeicher würde wie Gold und dass wir wirklich einen Bitcoin Standard bekommen, auch wenn die Banken weiterhin Geld drucken sollten. Das wäre schon ein Erfolg, wenn sie irgendwie 1%, 2%, 3% von ihrem Vermögen, was sie natürlich veruntreuen in Bitcoin investieren würde. Und diese Chance war vorher noch nie gegeben. Diese Chance war vorher ohne regulatorische Klarheit viel zu weit entfernt, das war unmöglich. Wenn, dann haben Banken das vielleicht im Geheimen gemacht, weil sie klug waren, aber so öffentlich war das noch nie möglich. Und jetzt mit dem Bitcoin ETF, der regulatorischen Akzeptanz, dem Puschen von BlackRock und Co. Diese ganzen Institutionen und diese ganzen Banken sind miteinander verknüpft. Das sind Netzwerke von Unternehmern und wenn der eine Bitcoin kauft und die anderen anfangen, dann wird es einen Waldbrand geben und sie könnten alle zusammen auf einmal sehr viel Bitcoin kaufen. Es wäre ein Erfolg anderen Ausmaß für den Kryptomarkt, es wäre ein Erfolg anderen Ausmaß für Menschen, die irgendwo hier unten Bitcoin eingekauft haben. Aber abwarten, mal sehen. Die Chance ist möglich, aber sie ist nicht sehr hoch.